Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist noch mega früh, was man vielleicht so etwas am Himmel erkennen kann. Und wir werden jetzt dann gleich vier Stunden lang nach Saarbrücken fahren, beziehungsweise nach Dillingen an der Saar, wo heute das Tube Festival ist. Keine Ahnung, was gerade mit meinen Haaren abgeht. Liegt wahrscheinlich am Wind, weil hier hat es irgendwie noch Wind. Und ja, ich melde mich dann später wieder. Ich bin gerade irgendwie komplett planlos, was ich überhaupt zum Intro sagen soll, weil ich bin erst vor zehn Minuten oder so aufgestanden. Und wir sind jetzt in Hektik hierher gefahren zum Bahnhof. Und ja, dementsprechend sehe ich auch aus. Marco, unser Superstar of Today. Da ist Marco. Und seine neue Frisur. Der Marco wird für euch später noch was singen. Das war jetzt kein Scherz. Ich bin gar nicht meine Ukulele. Wo ist deine Ukulele, Marco? Die habe ich ja getestet. Super. Ich fahr zu bald mit zu mir. Und ja, es ist noch fucking früh. Wir müssen jetzt erstmal auf Place 1, dass wir unseren Zug nach Saarbrücken schaffen. Und ich bin hier mit meiner sexy Tasche und habe gesagt, fast hier ist gar nicht gut. Das ist Markus. Yo Leute, wir sind jetzt im Saarland angekommen. Besser gesagt in Dillingen an der Saar. Wunderschön. Ja. Das Beste war, ich habe gerade so gegoogelt, ob es in Dillingen zufällig Lost Places gibt. Und ich habe tatsächlich einen gefunden, aber dazu kommen wir in einem anderen Video, denke ich mal. Und jemand hat ernsthaft geschrieben, dass das Saarland an sich schon Lost Places ist. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Schein, der eure Katja nur Spaß hat. Äh, ja. Nach einer Katja sieht er definitiv noch nicht aus. Das sind am Lok Schopen angetommen, was man hier sehen kann. Und da läuft der Marco, der ist gerade ganz vertieft in einem Gespräch. Uh, und etwas. Und ja, wie man unschwer an diesen ganzen orangen Gebäuden, Zelten, besser gesagt Zelten erkennen kann, sind wir fast da. Marco, möchtest du dich auch gerne ansteigen zur Meet & Co? Äh, nee, lass mal vielleicht. Hier müsste irgendwo Rik sein, glaube ich. Rikki? Nee, das... Da ist noch nicht Rik, aber da stehen schon mega viele Leute. Stimmt, der andere Marco. Und ja, wir sind angekommen. Oh mein Gott, oh mein Lea hier in dieser Stadt mit Rikku. Alles. Okay, du hast da einen schönen Tag. Das ist ja nicht so. Das ist ja nicht so. Okay, das ist ja nicht so. Ja, das ist ja nicht so. Warte. Du hier? Das hätte ich nicht gedacht. Wie krass. Nein, wenn es jetzt gleich regnet, heulich. Nehmen wir das in den Reihen rein oder so. Aber sie ist, die sind dann vielleicht in einer anderen Ecke. Ich weiß gar nicht, aber ich gehe einfach noch ein paar Neues. Okay, warte. Julian sieht immer scheiße aus, nein, Spaß. Er ist doch voll cute. Und ja, da drüben ist noch Fabi, aber den juckt es nicht, was wir gerade machen. Eigentlich wollten wir uns gerade was bei Merch holen, ich und die Lovisa, aber... Bei was von der Merch? Er hat mich entführt... Ah! Oh, sorry! Meine Schuhe werden dreckig. Also Julian, jetzt reg dich doch hier mal nicht so auf. Tschüss. Er ist richtig süß geworden. Oh mein Gott, es ist einfach ein Bild und sie hat hinten drauf was richtig Süßes geschrieben. Ich mag deinen Pulli. Wir haben jetzt gerade unsere Pizza bekommen. Obwohl wir noch einen Orangen in Bonn brauchen. Ja. Die teilen wir uns jetzt zu, wie ich will? Zu kurz. Zum Glück ist Julian, der Verfressene jetzt wieder Backstage. Ich meins doch nicht. Und Rottler sind Anni und Sumi. Nein. Ja, ganz schnell. Äh, Julie und Leila. Kann ich zusammen machen? Ja, zusammen. Hier stehen einfach viele Leute für alles Mögliche an. Es ist einfach nur fucking voll. Die einen stehen für Dahlia an, die nächsten warten... Oder sollen wir zu Yazzi überhaupt gehen? Ja, aber... Wir warten gerade auf Mi Flash. Und auf wen warten wir noch? Pablo, der da hinten steht. Und auf Pablo, ja. Die sind gerade ganz gut auf Pablo, lol. Und wir warten auf Yazzi. Stimmt, auf Yazzi warten wir auch noch. Und ich habe mir hier so eine Frau auch gekauft. Ja? Von Fabian? Ach, ja. Ja, weil mein Akku ist einfach so leer. Slash ist die Beste. Und sie ist einfach 100% gönnend, ja. Du hast einen Glatz, damit ich nicht vergesse, wie ich es mache. Zehntausend Tattoos, die ich an der Totenkopfmaske und die Siege bleiben. Alles voll und auch du hast einen Glatz, damit ich nicht vergesse, wie ich es mache. Ich war ganz unten und ganz oben, bin ertrunken. Ich lass dich doch mal. Ich hab mal Pommes. Ricks Pommes. Rik, 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 Rik. Rikki. Jetzt lass dich doch mal. Ich will aber auch eins. Ich hab von Rikki als Tasch bekommen. Sag dir mal, ich will auch. Danke, Schnubbi. Wir wollen deine Pommes wieder haben. Ja, geil. Er mag sie nicht mehr, glaube ich. Die Pommes. Ja, geil. Was mache ich jetzt mit der Pommes? Keine Sorge, er meinte nicht mehr. Ja, genau. Ja, genau. Ja, das ist ja geil. Ja, 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 ja. Oh, ja, ja, ja. Alle, ja. journalists mal im Film. Ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Oh, ja, ja. Ja, 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 ja. Er schenkt mir keine Aufmerksamkeit, seitdem er fein ist. Guck mal, das ist so. Ich habe einfach nur einen Video benutzt. Ich habe keinen Video benutzt. Sie hat gar nichts benutzt. Wink mal. Time to say goodbye. Also Leute, das war es auch mit dem Video. Ich bin hier gerade mit dem, wie heißt du nochmal? Marcel. Wir waren eigentlich auf der Suche nach einem Lost Place, weil wir keinen Bock mehr auf das Event hatten. Also versteht es jetzt nicht falsch, das Event war gut. Ja. Aber ja, wir wollten einfach unsere Ruhe in dieser idyllischen Natur. Und ja. Ich und der Marcel beenden jetzt das Video. Ja. Ich habe keine lange Zeit. Nein, wir sind nicht zusammen. Nicht zusammen. Nein. Nein. Einfach nein, Marcel. Nein. Äh, ja. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Video.